Als Kinder und nicht als Sklaven. Also nicht als Sklaven des Reichtums oder irgendwelche anderen Dinge. Wir sind nicht mehr Sklaven, irgendwelche Ideologien. Wir sind Kinder der Wahrheit. Und wir können die Wahrheit erkennen. Und Jesus sagt, die Wahrheit wird dich frei machen. Also lasst uns aufstehen und dem Herrn preisen. Und dann beginnen wir gleich mit der Heiligen Eucharistiefeier. Beten wir zusammen ein. Vater Johns wird das Allerheiligste jetzt zurücksetzen und eben noch den sakramentalen Segen geben. Wenn ihr ein Lied dazu singt, wäre das schön. Und dann beginnen wir gleich mit der Eucharistiefeier. 186 189 189 189 189 209 219 239 239 269 229 239 249 259 259 269 259 259 ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017